ja freunde der nacht willkommen zurück zu einem neuen part hier im dschungel würde ich fast sagen im wald des grauens wo wir uns auf den weg zum nächsten dungeon machen und hier diese spaghetti fresser für spagetti köpfe spaghetti fresser sind andere leute zu töten genau töten war das was ich sagen wollte und wir haben hier ganz viele fratzen ja ich mochte den waldschirm nicht in der normalen version ich mag ihn jetzt auch nicht immer mit seiner bombenklauerei hier können wir da was machen nein können wir den hochheben nein ist da was nein habe ich bock auf den hier nein doch klar hier geht's wieder raus wollen wir nicht raus wollen wir nicht wir wollen nur rein so komme ich dadurch müssen wir doch raus und durch den nächsten eingang rein wie es scheint habe ich hier was übersehen da können auch mal schneller laufen da kommt mir so langsam vor ja dann gehen wir doch raus ok so klärt sich das dann ja tschüss wo der baum guckt uns an hör auf mich zu belästigen kann ich die bombe zurückgeben ok da komme ich nicht lang da geht es aber wieder rein aber ich gucke trotzdem erstmal tut mir leid ok hier geht es ganz normal in das dorf rein in das ex ex dorf sage ich mal mal da ist noch einer was sagt er auch hör auf mich zu belästigen ja ok dann höre ich halt mal auf ich dachte ich wollte gegen rennen eigentlich aber naja gut dann haben wir es wenigstens nicht so weit ne da geht es nicht rein da ist ja der dicke stein im weg haben wir es nicht so weit zum nächsten dungeon da 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 so oh lasst dich schlagen ich brauche ein breiteres schwert ehrlich jetzt bin ich froh übers master schwert und brauche doch wieder noi so oder ich sollte einfach mal öfters die gegner lähmen so zum beispiel ja wo kommen wir jetzt raus bringen uns das was ist einfach der andere eingang mein gott überall haben sie zugänge zum wald jetzt kommen wieder genau das sieht noch aus wie ein eingang haben wir nichts von weil da kommen nicht lang da kommen wir nicht hin doch so doch so zumindest so geht es naja oder so geht es auch man hätte aber auch so machen können wie ihr seht 100 möglichkeiten jetzt haben wir wenigstens die karte haben da aber nichts weiter von ja dann gehen wir wieder raus aber nicht ohne die ruby okay gibt schon mal verschiedene eingänge hier in das dungeon ja das war mir klar das war schon so auffällig ja schön das war clever immer rein da alles hier mitnehmen alles weg machen kriegen wir dich auch weg okay so hätte man gehen müssen egal ich will jetzt hier lang und den hebel ziehen ja aber erstmal gehe ich auf die andere seite und gucke mal und jetzt verlängert sich die wand wahrscheinlich die wand okay so hatte ich jetzt nicht gemeint aber ist auch gut schön jetzt brauchen wir noch den großen schlüssel nein ja 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 nein doch vielleicht ach guck mal da kommen wir auch dran ja ist ja ganz schön ne schauen wir mal ob wir den ganzen in diesem part schaffen schön mit mit rausgestreckter zunge erwischt hier hoch und dann wieder runter ja sehr schön sehr kompliziert einfalls reich das muss jetzt ein vernünftiger eingang sein wo wir auch mal sehr schön und einfach die hand wollte mich verarschen wie viel denn noch was gibt es jetzt als belohnung gar nichts mein gott mache alles kalt kann ich auch ziehen ja das ist doch gut auch sehr schön nicht sehr schön wieso kommen denn da noch von den händen hört gar nicht auf ne ich bin einfach reingerannt in die hand so wollte schon sagen das klappt nicht so jetzt mache ich dich aber mal hier wie geht nicht müssen wir mich vernatzen der ist dagegen immun ist es denn wahr alter alter weiter nein nein du triffst mir auch nicht du auch nicht blödes kack ding da ist ja schon ein großer schlüssel ok meister sind kleiner dann hier oder was aber schwer ist nein du lässt mich in ruhe ja gut nein da ist nichts und darum auch nicht gut ja du blöde handel dass mich in ruhe gut so geht es schon mal nicht der steht fest ein schlüssel auch schön ja jetzt sind wir natürlich komplett anders ja aber wir machen jetzt folgendes wir gehen jetzt hier wieder zurück die leute die leute die leute die leute die leute so hier durch und wupp dich und tschüss und denn nur so kommen wir dahin wo wir hin wollen ja dann machen wir doch einfach mal die löcher weg ja ist ja gut der magische feuerstab mit ihm kannst du rotes feuer versprühen ja damit können wir dann auch die blöden mumien platt machen schnell und effizient hier haben wir doch einen schlüssel gekriegt und nun hier kommen los geht doch jawohl mal mit einmal weg stirb cool geht doch nein lass mich in ruhe du hand nächster schlüssel und tschüss ja das macht doch spaß das war klar das habe ich mir echt gedacht dass da irgendwas ist weil das war zu leicht jetzt wo waren wir dann noch nicht braucht nur zwei ebenen ok unten ist nur der gegner nur nur der boss hier links dort rechts ok ja gucken wir doch mal links und rechts können beides gehen dann gehen wir doch mal links weil rechts geht es jetzt zurück hinterher dann ja lass mich in ruhe lass mich in ruhe ja was ist jetzt hier nichts können wir dich hier können wir dich so können wir alles nicht okay dann lassen wir dich in ruhe sind ja alle weg nehmen jetzt aber das hämmchen ist hier echt nix kann ja gar nicht glauben man raum wo nix ist halt oder so oder so nö alles nicht ja weißt du was ich mach mal hier die fehler hin dann weiß ich dass ich noch eine fehler nicht mehr geht nicht dann gehen wir rechts so ganz schnell durch ok nein verbrennen verbrennen schwein und energie zurück das ist gut noch mal ja und den schlüssel ja das finde ich doch super gut dort 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 und dann da noch und der rest ist ja dann durch den letzten eingang wahrscheinlich ja sieht so aus als würden wir das schaffen in dem park freunde was war das denn so ja jetzt geht es ja hier wieder raus genau ja sehr schön sehr schlau noch schlauer ich könnte glatten iq test machen so schlau wie ich bin hier mein gott meine güte lalala 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 zweimal nach links ist ja recht simpel ne sollte der ricky hinkriegen und da oben komme ich keine ahnung wahrscheinlich wieder irgendwo runterfallen genau wie da komme ich ja auch dann erst hin ok da gib mir wenigstens genau rubine wenn du mir schon nichts gibt dann gib mir rubine oh was ist das denn da ich sehe aus wie ein Viech ist hier das maßerschwert gewesen ja fast und wer muss sich eine bombe hinlegen oder ich muss das benutzen oder ein hammer doch das ja ja macht auch sinn wenn ich die waffe kriege das man die waffe dann auch benutzt so bin ich jetzt da bin ich alles klar da möchte ich aber noch nicht hin das war ja klar dass hier der hauptweg ist ich dachte schon nicht denken ja jetzt könnt ihr noch genau noch ein eingang sein ist wieder was was wir brauchen wahrscheinlich müssen wir noch da sein ne ja auf der anderen seite der macht wie wir dann nach rechts kommen wissen wir trotzdem nicht macht aber erstmal nichts nein oh gott sei dank das wäre aber auch richtig gemein gewesen nicht schon wieder fast meine güte ähm ja nun ok ähm ja was haben wir jetzt davon gar nichts wir müssen irgendwie nach nebenan kommen ach so ja wir haben die löcher weg gemacht jetzt können wir hier wahrscheinlich so lang genau ja hätte doch mein herz drin sein können jetzt ganz schnell hier die fee schnappen ja was bringt das jetzt wenn wir da jetzt rein springen und fallen irgendwo in die nö ja ja ist das nur so ich fühle mich sehr verarscht oder da ist ein geheim weg klärt mich doch mal auf wenn ihr es wisst so unsere lieblings gegner wieder hier ja hier wird jetzt immer noch nichts sein ach schade sehr sehr klug jetzt haben wir schön unseren schlüssel verschwendet muss man so sagen ok hier kommen wir auf der rechten seite äh ja da kommen wir wahrscheinlich nur von dieser tür durch wo wir oben ja alles klar ok der ist da lang wieso komme ich da nicht lang ja sehr schön links rum rechts rum und so rum ok dieses verdeckte da ne das geht mir echt auf den nerv ich bin häschen hoppel häschen hottehü lalalala da ist der schlüssel und jetzt dürfen wir hier weiterlaufen das hätten wir uns sparen können hätten wir den schlüssel nicht verschwendet aber wer weiß denn sowas schon ja ein herz haben wir noch burn lalalalalalalala nö ist nix nö ist nix jay ähm wofür ist das hier wieder? mein gott ich die übelste verarsche mhm 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 jetzt dürfen wir zurück gut äh rechts und so und ganz schnell oh oh renn doch los du zipfelmützen junkie meine güte na ja machst du nix dran an der intelligenz von elfen jungen noch ein zwei drei wo müssen wir hin dahinten alles klar Nee, das waren nicht Und das waren noch dünne Ja, schummeln wir halt hier über die Ecken Ist doch auch egal Können wir das auch so machen? Nein, keine Magie mehr Jetzt aber wieder Sehr, sehr schön Bringt das was, wenn wir an sind hier Okay, den letzten müssen wir so anmachen Ja, alles klar Ging anscheinend auch nicht auf Zeit Oh, geht doch auf Zeit Ähm Ja, jetzt aber schnell Schneller Schieben geht auch nicht Jetzt wird wieder Link, genau Dieser blöden Würmer Gehen mir so auf den Nerv Und die Hände Oh Stirb, stirb, stirb An dir verwende ich meine Verschwende ich meine Magie nicht So 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 Ja, ist mal klar, dass die Mitte das ist Ähm Hoch und dann rechts Gleichzeitig was ausmauen Wie, das hat schon gereicht? Okay Ja Der Schlüssel in das Schlüsselloch Und da geht's nach unten So Part wäre vorbei Aber ich überziehe und mach den Boss noch Wow Wow Ein Schmetterling Ach, Schmetterling Und es bewegt sich alles Wow Sogar die Dinger Wow Können wir nicht hier den Dings benutzen? Müsste doch deutlich mehr Schaden machen Aber ich hab leider keine Magie mehr Keine Magie Keine Magie Ne, mit den Pfeilen geht's nicht Jetzt hab ich so schön viele Pfeile Und die bringen mir gar nichts Oh, oh Ich glaub das war die letzte Fee jetzt Oh, oh Es war egal Wenn ich nachgucke Ne, ich hab noch eine Gott sei Dank Ach ja Ich hab ja wieder eine eingefangen Genau Aber wir tun mal einfach so Ja Kann ich jetzt immer noch Schaden nehmen Nein Das ging schnell Gott sei Dank Wie nur ein Herz mehr Also eins aufgeladen nur Ich dachte ich werd voll gehielt Tja Da ist der nächste Kristall Und das nächste Mädel ist befreit Die zieht bei uns ein Und macht den Hausputz Die nächste Ist für andere Sachen zuständig Reki, ich danke dir Du hast mich aus dem Klauen der Monster befreit Hast du von der Prophezeiung der großen Zerstörung gehört? Hier, was ich darüber weiß Wenn ein Wesen mit Bösem im Sinne Über die Macht des Triforce verfügt Naht die große Zerstörung Die Legende erzählt aber auch Dass dann ein Held kommt Der gegen das Böse kämpft Dieser Held wird ein direkter Nachfahre Der Ritter von Hyrule sein Nicht wahr? In deinen Adern fließt das ritterliche Blut? Dann musst du Zelda retten Dich erwarten viele Prüfungen Bis du der legendäre Held bist Hast du alles verstanden? Jep Wir gehen der Weg Dass Helden zum Triforce führen Zum Triforce Und der heißt Zelda Nicht Zelda Aber ist egal Ja Haben wir schon wieder was geschafft hier Und ganz pünktlich zum Part Ende Freunde Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao